Was ist das? Was ist los? Was tust du? Wie viel Uhr ist es jetzt? Wie viel Uhr ist es jetzt? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Könnten Sie das noch einmal sagen? Könnten Sie das noch einmal sagen? Könnten Sie ein bisschen langsamer sprechen? Könnten Sie ein bisschen langsamer sprechen? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich kann sie nicht hören. Ich kann sie nicht hören. Wie lesen Sie diesen Charakter? Wie lesen Sie diesen Charakter? Könnten Sie es hier aufschreiben? Könnten Sie es hier aufschreiben? Darf ich Sie etwas fragen? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Warum? Warum? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 32 Jahre alt. Bist du hungrig? Bist du hungrig? Bist du hungrig? Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe Durst. einen Azdor susten. Möchten Sie etwas zu trinken? Möchten Sie etwas zu trinken? Möchten Sie etwas zu trinken? Mein Lieblingsessen ist Hamburger. Lass mich sehen. Apropos Zum Beispiel Hallo 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 Guten Morgen Guten Morgen Welche Art von Arbeit verrichten Sie? Welche Art von Arbeit verrichten Sie? Welche Art von Arbeit verrichten Sie? Ich arbeite in einem Kaufhaus. Ich arbeite in einem Kaufhaus. Ich bin ein Büroangestellter. Ich bin ein Büroangestellter. Ich bin ein Büroangestellter. Schön sie kennenzulernen Schön sie kennenzulernen Schön sie kennenzulernen Lange nicht gesehen Lange nicht gesehen Lange nicht gesehen Lange nicht gesehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen?